Wie man den Flechteninhalt eines Parallelogramms berechnet, habe ich dir ja bereits in dem Video, dessen Link oben eingeblendet wird, gezeigt. Man nimmt hierzu einfach immer die Länge der Grundseite a mal deren Höhe h a. Wie geht es aber bei Parallelogrammen wie diesem hier? Die Länge der Grundseite a herauszubekommen, ist hier weniger das Problem. Das sind vier Kästchen oder zwei Zentimeter. Aber wenn ich jetzt mein Geodreieck drehe, um den Abstand zwischen dieser und dieser Linie zu messen, also die Höhe der Seite a zu bestimmen, dann siehst du, dass das Parallelogramm aus meinem Beispiel leider viel zu schief ist, um das direkt machen zu können. Aber keine Sorge, denn über eine Hilfslinie lässt sich das Problem beheben. Du machst dir einfach mit deinem Geodreieck und deinem Bleistift eine Hilfslinie, welche die Strecke a sozusagen verlängert. Also so. Und nun kannst du mit der Unterstützung durch diese Hilfslinie die Höhe h a einzeichnen. In diesem Fall liegt sie außerhalb meines Parallelogramms und hat eine Länge von 5 Zentimetern. Und nun ist es auch kein Problem mehr, hiermit den Flächeninhalt des Parallelogramms auszurechnen. Denn 2 mal 5, das sind 10. Und somit hat mein Parallelogramm einen Flächeninhalt von 10 Quadratzentimetern. Das sind also 10 solcher Zentimeterquadrate. Ich hoffe, mein Video hat dir weitergeholfen und wünsche dir noch viel Erfolg beim Berechnen von Flächeninhalten von Parallelogrammen, deren Höhe außerhalb des Parallelogramms liegt, so wie in meinem Beispiel. Bis bald!